Autos und Taxis komplett raus aus der Innenstadt. Jetzt holst du endlich einmal deinen Klappen. Autos raus, Taxis raus, Busche raus, Klappe rein und Tritthaus rein. Die Zukunft ohne Anpassung. Die Zukunft gehört ... Seien Sie der Anführer dieser Demo? Ja, nein. Bei uns gibt's keine Anführer. Die Demo ist ja angemeldet. Das ist auch keine Demo. Was ist das dann? Wir sind alle rein zufällig da. Zufällig, das ist eine astreine Demo. Ja, aber zufällig, mit dem gleichen Anliegen auch zufällig. Busche, Busche, Beimer, Aggression, zuvor einzuschuldig. Wir haben das gleiche Weg, hier zu sein. Der soll in Schutz zu geben werden. Das wird mir jetzt splitter. Ich rufe jetzt zu unserem Anwalt an. So. Das ist jetzt nicht mehr lustig, ja? Ihr gebt meine Sachen wieder, weil das gehört alles mir. Alles, was dir gehört, sind ein paar Gescheite aufs Maul, du Sacre Peter Kreislinger. Genau. Was soll der Scheiß? Also. Also was? Wie groß ist jetzt deine Lust noch? Auf eine Anzeige gegen die drei Marktfrauen da. Auch null. Oder? Ja. Gut. Gibt's ihm sein Zeug? Danke, ist für die Fremdworte oder wer? Hallo. Dann w